Und so sieht das dann aus. Guck mal, wie das glänzt. Geil, ne? Richtig geil. Schöne Ecken. Eich, Eich, Eich. Sieht an die Hände? Ja. Warum? Ich bin nervös. Du wirst doch nur von 2 Millionen Leute angeguckt. hat sie auch gelacht. was für schöne ecke hat sie gemacht. oder ist das überall so? sicher ist das überall so. ja du bist auch foliendesigner. ich drehe die kamera um.